Hey Leute, ich freue mich gerne über ein Abo, Like oder Kommentar. Abonniert einmal meinen Kanal, sonst seht ihr immer die aktuellsten Videos. Wir können ja mal in eine Aktion gehen. Walk heißt also Laufen. Das letzte Mal, wo ich drauf geschaut habe, war ich bei 153. Ich habe zwischendurch noch ein bisschen was gekurvt, ein blaues Himmelkäse. Ich würde sagen, wird schneller als ein trabender Pferd. Da bin ich ja wohl nicht. Echt? Wir brauchen... Ach ja, genau deswegen wollte ich das Auto haben. Ich wollte doch... So. Da ist hier ein Ei. Was ist denn hier los? Guck mal hier, vor meiner Nase ist ein Ei. Willst du es mitnehmen? Äh, ging gerade woanders. Ja, naja. Ja, da war ein freilaufendes Huhn. Ups, das Pferd hat es nicht richtig. So, wenn man jetzt hier drauf geht, dann ist man automatisch in einer, also wenn es gibt, geht es weiter hier. Nächster Gaul, da kann man sich Stamina und Speed und Handling und Lebensdauer anschauen. Meiner hatte natürlich wenig Stamina, aber dafür ist alles andere ausgereift. So sagt es, ist ausgefahren. Wo füttert man die Viecher? Ähm, ich weiß es nicht. Ich hab die normal... Ich hab mein Gaul normalerweise mit Pferd durch Steil gehabt. Jetzt nicht mehr. Äh... Wichtig ist für mich das Leben. Alles andere kann man ausbauen. Na, Stamina und Speed. Warte mal, ich will auch. Lass uns mal gucken, ob wir uns da weiter hinsetzen können. Können wir mal gegeneinander bieten, dann wird es extra teuer. Na komm mal, ich warte hier. Ja. Ich eile, hüpf, hüpf, hüpf. Shalom. So. 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 Tatsache. Stamina und Speed. Also ich kann jetzt nicht dran teilnehmen, weil du dran teilnimmst. Ach so. Warte mal. Mach einfach nischt. Ja, du bietest doch mit? Nee. Aber 6000. Obwohl es nicht schön in Pferd ist. Nö. Aber ich kann dann mal auf Bärenjagd gehen und gucken, ob da noch was im Verkauf offen ist. Die Bären waren nämlich schon lange mal wieder dran gewesen. Und so länger ich da nicht gemacht habe, um so... Oh, die überbieten sich. Die sind ja schon bei so 1000. So. Ja, es war der übliche Gang zum Burgerhaus oder Bürgerhaus. Bis wie viel soll ich mitbieten oder ist egal? Ja, nicht über 10. Wir haben es bei Kohle, aber man muss es ja nicht übertreiben. Boah. Oh, cool. Die Fett ist schön. Ich finde das so ein Braun hat mit der weißen Mähne. Äh. Warum war denn das so schnell in der Weltgeburt? Ich will das wenigstens mal angucken. Ja, die Auktion, die beendet sich auch irgendwann mal. Ja, aber ich konnte mir das ja keine 3 Sekunden angucken. Oh, das hat null Speed. Das ist auch doof, wenn ich damit ausreite. Wow, diese Fett ist fast perfekt. Startgebot 8000. So. Ach du Scheiße. Ein Auto kann fliegen. Machen wir nicht vor, dass wir wieder Internet haben. Ich lade auch gerade nebenbei noch neue Range-Semulator-Folgen hoch. In der Zeit, wo wir spielen. Das Schöne ist da, wo wir wohnen. Da nutzen nicht viele Internet in der Umgebung. Der Verteilerkasten ist auch gleich um die Ecke. Wir bezahlen für 50.000 und kriegen fast 60.000 rein. Das ist so geil. War jung noch nicht erlebt. Oh, dieses Pferd ist so cool, aber das ist so teuer. Ja. Hier waren doch mal irgendwo Beeren, oder? Aber ich finde es langweilig. Gut. Da ist einer. Boah, guck mal, was der für Werte hat. Weil das für einen Preis der schon liegt. Na ja, ich muss erst mal kurz mich ein bisschen retten. Vielleicht werde ich jetzt noch nicht mitnehmen. Ich werde das mal sammeln lassen. Was macht der denn da hinten? Boah, das ist so teuer schon über 10.000. Ja. Ist das ein Braunes oder ein Weißes? Ein Zähnerpferd. Hallo, lad doch mal nach hier. Ein Zähnerpferd wollte ich eigentlich haben, aber so kann ich ihn hier sehen. Ja. Dann gucken wir mal hier weiter. Und die Farbkombination. Hier ist eins, das ist wie ein Zehnerpferd. Ja. Weil es gibt, das wird teuer. So. Ich wurde einmal erwischt. Und aufpassen, was tun denn die Beeren da hinten? Was hatten wir? Hast du irgendwelche Probleme? Ich habe ihm geholfen. Mal gucken, was passiert. Ach. Der ist auf der Jagd. Ist der doof. Ich wollte ihn doch haben. Ja. 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 So, lad mal schneller. Boah, das anstrengt, hier mit zu bieten. Ich sitze hier immer noch mit dem gleichen Pferd. Ja, manchmal ist das Leben so. So, BioNalu ist jetzt mal kurz in Pause. Gott. Ist das laut. Ich muss mal kurz die Kopfhörer ausmachen hier. Jetzt bin ich kurz da. Wie lange will ich jetzt nicht. Ich werde das noch einiges wild erlegen und dann werde ich mal gucken. Wir haben jetzt drei Bären. Das ist aber eine sehr geringe Auswahl dafür, dass ich jetzt ewig nicht mehr auf Jagd war. So, mal gucken, was er macht war. So, ich nehme mich mal auf die Straße, damit ich das vielleicht besser einsammeln kann. Jupp. Judas Schuss. Äh, jo. Ich dachte, das wäre auch ein Bär. Ich werde aber mein Auto mal so anders hinstellen. Obwohl, ich werde das mal hinterfahren und mal gucken, ob ich da noch was erlegen kann. Und wenn ich irgendwann mal wieder auf Wanderfischschaft gehe, kann ich das ganze Nahrungsergänzungsmittelmaterial einsammeln. Stimmt, hier habe ich auch noch ein Tier liegen gelassen. Das war auch einer der wenigen Tiere, die ich mal liegen gelassen habe. Gut. 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 Da ist auch noch ein totes Tier von mir. Gott, da ist so viele. Ich muss hier echt mal durch die Welt gehen und mal gucken. Äh, was ich hier nicht alles so ein bisschen... ... ... ... Vielen Dank.